so heute neu in der rubrik dinge die von vornherein zum scheitern verurteilt sind und wir bauen ronjas unlogische angst vor hängematten ab ja wer ist der allerbeste helikopter der welt genau die ronja ich setze übrigens ich setze übrigens geld drauf dass sie sich dabei verletzen wird oder ich heute noch aber ihr erbrochenes weg ich habe das gefühl sie macht das wird absicht kennt ihr noch die serie mit dem dinosaurier baby das war noch mal versucht hat um zu bringen und dann hat es gerufen noch mal noch mal und nicht die mama story of my life ich mach mal hier diesen im netz gefangenen fisch wieder sie wird sich gleich rauswinden und jetzt versucht sie das alleine oh je ich helfe der jungen name mal aus am ende